Herzlich Willkommen zur 185. Folge von Towns Ja, letztes Mal waren wir hier unten schon unterwegs und haben geguckt wie die sich am kloppen sind hier Irgendwann waren da zwei gestorben, das haben wir auch noch gesehen Beziehungsweise eher gehört wie gesehen Ja, so läuft das halt, jetzt gucken wir mal hier wo die noch hintigern Hier unten ist noch was zu entdecken, genau und da haut er gleich ein um, super Ja, da geht es auch noch weiter einen Gang lang Und er geht da auch noch rein, das ist auch cool Gehen wir ruhig noch weiter Schau mal wenn er mal so in der Ecke ist Ja Da ist der Gang zu Ende, aber ob er da zu Ende ist, ist eben hier sichtig Schwierig ne Hier ist es auf jeden Fall zu Ende Da geht es vielleicht auch noch hoch, vielleicht auch nicht Mal gucken Ja Ah, er geht sogar da rein, super Und da ist noch ein Durchgang, alles klar Und da ist auch noch einer zum Hauen Läuft Läuft Noch einer Cool Ja, der macht es alle platt Wirkt auch richtig schön voran, das ist auch gut Ok, da sind jetzt zwei, das könnte sich ein bisschen schwieriger gestalten Aber so wie es aussieht, ist er richtig cool darauf Da hat er noch einen mitgenommen, bevor er nach Hause geht, ok Und da hat er auch noch die Ecke entdeckt, cool Gucken wo es hier noch hingeht Ob es da irgendwo hingeht Ok, wo ist noch beim Kampf Gucken wir mal, wo Hier nicht Da oben, ok Ja, das ist aber auch erledigt Hat er gut gemacht, ne Und der nächste Schichtwechsel Ok Wo geht er hin Wieder zurück Super, oder? Hm Ok, der geht hier unten hin Und dann geht er dann nach oben Ich dachte, der wird nach oben gehen Aber jetzt geht er wohl doch nach oben Oder wie Ok, da ist noch ein Raum Und Wo ist er jetzt unterwegs? Ok, nach da Läuft Dann wird er kaputt gemacht Und dann geht es auch da durch Super Jetzt geht er aber gut hoch Oder hat er irgendwie Keine Ahnung Was hat sich wohl eingekoppert Ist hier schon mal so weiter? Nein Ok, die unten gehen noch welche Ist das ein Held auf jeden Fall? Oder einmal, weiß ich nicht Der holt was? Oder wie ist das? Na, keine Ahnung Da war auch wohl einer, weil er das geholt hat Oh, die Waffe ausgetauscht Ok Achso, hier ist mein Händler hier Na, ist hier Was haben wir denn mit dem? Hier macht gar nichts Das weiß ich gar nicht mehr Interessantes bei, ne? Die beiden Kerzen können wir nehmen Und dann können wir hier noch Zähne davon haben Und dann machen wir noch mal Das weiß ich gar nicht mehr Das weiß ich gar nicht mehr Das weiß ich gar nicht mehr Ich kann nicht mehr machen, dass ich mal nicht mehr so viel Ich kann auch noch 20 Stück kriegen, oder auch noch 20. Naja, jetzt möchte er aber nicht mehr tauschen. Einen müssen wir behalten. Dafür macht das. Und Geld läuft. Da ist noch ein Problem, oder was ist das? Nein, es ist ein Problem. Hier wo die Nintendo laufen sind, keine Ahnung. Da ist sie irgendwann ein Held. Da kümmert sich wahrscheinlich hier um irgendwelche Ecken. Ne, da unten war schon alles vorbei. Na gut, aber gleich diese eine noch. Zwei Erläuter zum Koblen, nicht zum Koblen, zum Koblen. Zwei Blatt. Super. Und dann, wo würde ich sagen, gehen wir nach oben, oder was. Da sieht ganz danach aus. Da liegt immer was. Da ist beide rot. Okay. Eine Kugel, die da liegt. Da ist Silber. Da habe ich manchmal Silber gehabt, ich glaube nicht. Ja. Ja. Das war's. Da geht er hin. Okay, nach oben. Und die Fläche. So. 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 Spinner. Das ist ein Direwolf. Keine Ahnung. Ich werde mich auch dran glauben. Ich werde mich auch dran glauben. Ja. Das erste Spinner hier am Blatt gemacht hat. So, der wird gerade abgebaut. Okay. 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 Da wird auch ein Problem gefunden. Dann kommen die nächsten Helden, die ja weitermachen. Okay. Okay. Oh ja. Interessant wurden jetzt alle rumstanden. Vielleicht erst habe ich noch entdeckt. Das ist gut. So. Jetzt machen sie aber nix mehr. Ja. Hier ist noch ein Loch. Ja. Aber. Da gehen sie leider nicht lange. Okay. No. Hier haben wir acht Stück. Okay. Das wird hier nicht. Ah. Ich habe hier nicht mehr Preise entdeckt. Und der geht da. Nicht weiter runter. Und jetzt macht er was anderes. Und hier. Einer geht zurück. Einer. Hier müsste nur einer einlauten. Ja. Wenn nicht. Schade. Ja. Jetzt laufen wir wieder zurück. Oh. Da ist ein Geist aufgestanden gerade. Hier ist aber auch gleich vernichtet worden. Das war gut. Dann treff mal mehr. Ja. Kommt schon einer wieder. Da geht er jetzt lang. Ganz oben. Okay. Wunderbar. Hat er schon irgendwo gefunden. Den er vernichtet. Schon läuft. Ne? Da kommt noch ein Held. Okay. Da kam er zu spät. Zum kleinen Wunder. Der haut wieder ab. Auch cool. Okay. Und jetzt geht er weg. Das war nix. Das war ein Satz mit nix. Gut. Aber wir wollen zwar hier oben nochmal gucken. Was wir hier sowieso im Laufe haben. Wie sieht das denn überhaupt mit Essen aus? Keine Brote mehr. Abblombieren sind da. Einen Kuchen da. Einen Kuchen da. Und alles mit dem Brot ist aber doof. Und wir haben hier eine Pause dran. Wir haben hier den Angriff wahrscheinlich. Genau. Die kommen unter dem Dungeon Hero an. Auf Stufe 12. Okay. So. Dann wollen wir mal weiter laufen. Na ja. Im Moment hören wir hochkommen. Alles gut. Was gehen wir dann? Kriegen die schon hin? Na ja. Keine Sorgen. Die ist, dass sie jetzt Brot machen, ne? Das ist ein bisschen knapp. Ich habe den Karten, da hat der Automat geerntet. Alles gut. Scheine hier. Guck mal, wie er ist. Mach er auch. Ach, da hat man ein Stuh denn gestellt. Okay, da passt das denn. Da soll noch einer hin, aber der ist noch nicht fertiggestellt. Okay. Okay. Ja ja, lang ist her, ne? Hier sollte einer wahrscheinlich was versunken und damit was zu machen, aber es fühlt zu mir nicht aus. Do you really want to eat this? No. Ich will nicht beim Morgen Fisch essen. Ja, da wird dann geholt und zur Weiterverarbeitung gebraucht. Ja, das sieht gut aus. Okay. Jetzt wird wieder gekocht, erst zubereitet, wieder ausgenommen und jetzt wird er gekocht. Und dann wird er da hingelegt. Was ist denn? Das ist ein Fisch. Eine kleine Küche wird sogar angenommen. Da ist ja der zweite dran, ne? Respekt. Jetzt wird sich einmal ein Fisch, ist der denn? Ja, der wird gleich vergessen, ne? Okay, passt. Aber das ist natürlich dann auch ne Nahrungsgötter, ne? Wenn man da einen reinlässt. Ist ja auch nicht verkehrt. So, was war oben hier? Treppenhaus ist wohl fertig. Jetzt müsste man hier gucken, ob man da noch irgendwo um Rampo weitermacht, ne? Und dann, ja. Sowieso die letzte Etage, ne? So, kurz Mauern auswählen. Dann lass die da noch mal hinbauen. Dann lass die da noch mal hinbauen. Dann lass die da noch mal hinbauen. Das活These wird deutlich gemacht. Dann lass die rotodie jetzt gepf Metal. Dann, das war oben drin. Es ist so ein Neues, ne? Ja, ich glaube, dass es so ist, dass es so ein Neues ist. Wir müssen mal sehen, hier ist gar keine Wand, genau da fehlt die Wand komplett und hier ist auch keine Wand, das sieht nur so aus, dass da eine ist, das ist gar keine Wand, hier ist aber eine, oder, ooooh, schwer zu beurteilen, wo die Wand da ist, da ist keiner. Oder ist da doch eine, ich weiß es nicht, ist richtig schwer zu sehen, hm, also hier sind definitiv zwei Steine, ich glaube hier sind dann auch zwei, ne? Ich weiß es nicht, das ist schwer zu beurteilen, wir werden es auch Dauer sehen, würde ich sagen, bis das hier ein Wald schiebt, ok, ich glaube ich bin mal da beschäftigt. Die Küche war klar, hier ist noch ein paar rum, oder einer, ja, da sind genug Steine, ach so, was macht uns die Mauer? Gut, dann müssen wir das Tor anzetteln, und ja, das ist eine gute Frage, was wir da machen, ne? Hier ist die Mauer schon mal klar. Ja, da muss man mal gucken, wo die lang gehen, ne? Das ist jetzt faglich. Na, ich gehe mal zurück. Vorwärts, 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 ne? Oder eine Tür rein, gute Frage, weiß ich nicht. Ja, lass mal so machen. Ok, hier oben geht's mit dem Holz dann weiter, das passt auch. Ja, dann sind wir erstmal wieder zugange, würde ich sagen, und ich würde die Folge jetzt wenden wollen, und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann machen wir uns die Mauer nochmal an, und ja, schauen weiter. Dann bis zum nächsten Mal, tschüss! Tschüss! Tschüss!